Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Heute mit der nächsten Folge, wir machen weiter heute in Fitboy Australien. Auf geht's. Ja, es geht weiter heute mit dem nächsten Rennen. Ja, mit den nächsten Wertungsprüfungen. Sechs Stück stehen auch wieder an. Hoffentlich ähnliche Zeit wie zum Beispiel jetzt auch im letzten Mal. Wir gucken gerade mal rein. No, es geht los mit dem heftigen 13,3 Kilometer, also 30,6 Kilometer. Das ist zumindest mal der Auftakt. Heieiei, also, auf geht's. Event 2 von 5. Also 4 schaffen wir diese Woche auf jeden Fall und eine schaffen wir dann erst am Montag, also nächste Woche. Weil jetzt am Wochenende wieder V1 anscheinend, nämlich den großen Preis vorhin. Japan steht dann noch an. So. Für 2, Australien. So, wir sollen noch mindestens auf Platz 16 kommen. Das sollten wir doch ohne Probleme hinkriegen. So, Fahrzeugtune. Geht um die Zürichung anbinden. Und dann gehen wir rein. Laut der Racky sollte es keine Überraschung geben. 4, 5. 8 Minuten 33 legt der Führer in der hin. 5, 4, 3, 2, 1, los. So, weiter geht die Reise. Kuppe in rechts. Halten über Kuppe. 110 durch Senke. Senke. Kuppe. 100 durch Senke. Kuppe. Langsprung. Senke. Durch Tor. Kuppe. Senke. Rechts 3. Über Kuppe. Das war nicht zu schaffen. 200. Senke rechts. 5. Kuppe. Kehre links. 60. Ah, die werden wir wahrscheinlich je verschenken. Rechts 5. Platz. Achtung Kuppe. Langsprung. Rechts 5. 80 durch Senke. Kuppe. Rechts 5. Die werden wir wahrscheinlich je rosen kriegen. Kuppe. 80 durch Senke. Links 5. Lass 80. Das ist eine Überraschung. Achtung Kuppe. Kehre rechts. Kuppe links 5. Durch Senke. Rechts halten. Über Kuppe. Links 5. Rechts 6. Lang über Kuppe. Rechts steigen. Links 5. Kuppe. Senke. Rechts 3. Über Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe. Das finde ich seit Kuppe. Links 6. In links 5. Über Kuppe. 80 durch Senke. Durch Tor. 80. Links 5. Kuppe. Kuppe. Nicht schneiden. 80 durch Senke. Links 5. Lang. Nicht schneiden. 110 durch Senke. Links 6. In rechts. 2 Lang. 60. Senke. Knapp. Knapp. Knapp füllen wir noch. Boah. Also die Drohne. Knapp sie. Links 3. Lang. Macht zu. Über Kuppe. 60. Rechts 5. Lang. Nicht schneiden. Achtung Kuppe. Lang. Strom. Rechts 5. Nicht schneiden. 80 durch Senke. Kuppe in rechts. Halten. Über Kuppe. 110 durch Senke. Links 5. Ja, er gießt sich ohne die Strecke. Das war mir so klar. Ja, und das gibt die nächste Zeitschrift. Aber richtig verloren. In rechts, 6. Durch Tor, Kuppel, Senke. Rechts, 3, über Kuppel. 80, durch Senke. Kuppel. Links, 5. Kuppel, Kuppel. 80, durch Senke. Links, 5, lang, 60. Was ist denn heute hier los? Wir liegen 15 Sekunden dahinter. Rechts, 5, lang, 60. Rechts, 5, rechts, steigen. 110, durch Senke. Links halten, über Kuppel, Kuppel. Vielleicht, um, 60. Ich komme überhaupt nicht gerade auf die Strecke, klar. Na ja, anfangen wir gut, aber da haben wir jetzt gar nichts mehr. Links, 3, über Kuppel. Achtung. Senke, Kuppel. Durch Tor, rechts, 5, lang. Achtung, Kuppel. Vielleicht, Sprung. Rechts, 5. Durch Tor, 80, durch Senke. Vor, Kuppel, rechts, 5. In links, 6, 80. Links, 5, Senke. Links, 3, lang, macht Zug, über Kuppel. 80. Achtung, bremst, bellen, kehre rechts. Kuppel, links, 5, durch Senke. Rechts, rechts, über Kuppel. Rechts, 6. In links, 5, über Kuppel. 80, durch Senke, 80. Also, 7, nur. Rechts, 4, nicht schneiden. In links, 3. In rechts, 4, macht auf. Nicht schneiden. Links, 3. In Kuppel, rechts, 3. Nicht schneiden. In links, 2. Achtung, links, 3, 80. In rechts, 4, macht auf. Nicht schneiden. 80, durch Senke. Links, 5. Rechts, halb. Über Kuppel, 80. Achtung, Kuppel, links, 2. 60, durch Senke. Links, halten, Über Kuppel. Rechts, 6. Nicht schneiden. Mittig, halten, Über Kuppel. 100, durch Senke. Rechts, halten, Über Kuppel. Mittig, halten, Über Kuppel. 100, durch Senke. Rechts, halten, Über Kuppel. Rechts, 5. 80, durch Senke. Links, 5. Lamm, macht Zug, nicht schneiden. Gehen rechts, 3. 60. Links, halten, Über Kuppel. Vorsicht, rechts, 1. In rechts, 4. Über Kuppel. Links, 4. Mach Zug, nicht schneiden. Ja, das wird nichts werden. In rechts, 3. Ich glaube, es war echt passend in den letzten Sektor. In links, 4. Nicht schneiden. 60. Links, halten, Über Kuppel. Runder, durch Senke. Mittig, halten, Über Kuppel. 80. Rechts, 3. 60. Nicht schneiden. Rechts, 2. Nicht schneiden. Rechts, 2. Noch mal 12 Sekunden hinterher. Fuck you, Alter. Runder, durch Senke. Rechts, halten, Über Kuppel. Links, 3. Nicht schneiden. In Kuppel. Rechts, 3. In links, 2. Links, halten, Über Kuppel. Vorsicht, rechts, 1. In rechts, 4. Über Kuppel. Rechts, halten, Über Kuppel. 80. Achtung, Kuppel. Links, 2. 60. Durch Senke. Links, halten, Über Kuppel. Rechts, 6. Wir haben 16 Sekunden Zeit scharfe. In rechts, 4. Macht Auflad. 80. Durch Senke. Links, 5. Nicht schneiden. 150. Achtung, bremst. Offen, Kehre, links. In rechts, 2. Lang, macht zu. Nicht schneiden. In links, 3. Nicht schneiden. Kuppel, rechts, 4. Nicht schneiden. Und Achtung, links, 2. Verhängt sich, Kuppel. Rechts, 3. Innen halten. Rechts, schneiden. In links, 5. Rechts, 6. Rechts, 4. Nicht schneiden. In links, 3. In rechts, 4. Macht Auf. Nicht schneiden. 60. Mittig halten, Über Kuppel. Runter, durch Senke. Rechts halten, Über Kuppel. Achtung, links, 4. Über Kuppel. In links, 1. Rechts halten, Über Kuppel. Rechts, 3. 80. Links, 2. 60. Durch Senke. Kuppel, rechts, 4. Links, 3. In Kuppel, rechts, 3. Nicht schneiden. In links, 2. Rechts, 4. Nicht schneiden. In links, 3. Oh, hier. Mal wieder. Nicht schneiden. Vorsicht. Rechts, 2. In links, 3. Kuppel, nicht schneiden. In rechts, 4. Links, 6. Rechts halten, Über Kuppel. Nicht schneiden. Rechts, 2. Kuppel, 80. Links, halten, Über Kuppel. 80. Links, 4. Kuppel. 60. Durch Senke. Rechts, 2. 80. Nicht schneiden. Kuppel, links, 3. Rechts, halten, Über Kuppel. 80. Jetzt war mir klar, dass der dann wieder runterrutschen muss. Achtung, Kuppel, links, 2. 60. Durch Senke. Links halten, Über Kuppel. Rechts, 6. Nicht schneiden. Rechts, 3. 60. Nicht schneiden. Rechts, 2. Nicht schneiden. Links, 4. Macht zu. Nicht schneiden. In rechts, 3. In links, 4. Nicht schneiden. 80. Mittig halten, Über Kuppel. Bis Ziel. Langsam zum Marsch. Ah, meine Nummer 2 mal Violett. 2 mal Grün. Naja, 7 Sekunden. 7,4. 2 mal sah es schlimmer aus. Also mit den 7 Sekunden sind wir wieder mit... Sollten wir eigentlich drin wieder sein. Okay, fertig. Die Zeit und die Platzierung wurden aufgezeichnet. Ja, Katastrophe trotzdem. Gefällt mir nicht. Dat war überhaupt nix. Das war nur auf 2. Also das ist natürlich alles andere als zu ideal. Guck, was haben wir denn hier noch für Strecken? Ja, das war die Links. Okay, 9, jetzt werden sie nämlich um einiges kürzer. Und dann noch 3 mal 5. Okay, das kriegen wir hin heute. In der Aufnahme. Aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen zaubern. Da müssen wir jetzt noch mal zaubern. Aber, naja, alles drin noch. So. Let's go. Momentan sind wir auf 2. Also wir sind eigentlich tatsächlich, was das Ergebnis betrifft, sind wir auf jeden Fall voll im Soll. Aber wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall noch mal nachlegen. Gut, dann let's go. So, also wollen wir nicht reparieren. Okay, das ist eine gute Zeit. So, die Führerinnen mit 542, da müssen wir, wenn wir mal einiges runterkommen. Und wir bräuchten mindestens 535, um wieder in Führung zu gehen. Klar. Ideal ist es natürlich nicht, warum. Nichts schneiden, in rechts, 6, nicht schneiden, links halten, überpuppen, 100 durchsenken, mittig halten, überpuppen, 80, rechts 5, 80 durchsenken, links 5, Langbach zu, nicht schneiden, in rechts, 3, mittig halten, überpuppen, 100 durchsenken, rechts halten, überpuppen, Achtung, links 4, überpuppen. In links, Achtung, rechts, 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 Achtung, rechts, 4, in links, 3, rechts, steigen, in rechts, 4, macht auf, 80 durchsenken, vorsicht, Puppe, rechts, 5, in links, 6, 80, 80, durchsenken, links, 3, überpuppen, senken, Puppen, durchtorn, 150, links, 6, in rechts, 2, lang. Ja, war mir so, so klar. Das fährt mir überhaupt nicht. Ich fahr nicht, bin ich gut. Das fährt mir heute überhaupt nicht. War mir klar, gib mir die 50 Sekunden Zeitstrafe. Komm! Das gefällt mir nicht. Ja, der braucht noch eine Stunde, bis er dann nochmal geregelt ist. 80 durch Senke, links 3, über Kuppel, Senke, Kuppel, durch Tor, rechts 5, 80 durch Senke, links 2, in links 2, über Kuppel, nicht schneiden, in rechts 4, rechts 5, lang, Achtung, Kuppel, vielleicht Sprung, rechts 5, 80 durch Senke, Kuppel in rechts, halb über Kuppel, 110 durch Senke. Das fährt mir ein bisschen auf, jetzt. Links 5, Kuppel in Kuppel, 80 durch Senke, links 5, Lapp, 80, Achtung, Brems, Binnen, Kehre, rechts. Kuppel links 5, durch Senke, rechts halb über Kuppel, 80 durch Senke, links 3, über Kuppel, Senke, Kuppel, durch Tor, rechts halb über Kuppel, 80, Achtung, Kuppel links 2, 60 durch Senke. Rechts halb über Kuppel, rechts 6, nicht schneiden, links halb über Kuppel, Vorsicht, rechts 1, in rechts 4, über Kuppel, rechts halb über Kuppel, 80, Achtung, Kuppel links 2, 60 durch Senke, links halb über Kuppel, rechts 6, nicht schneiden, mittig halb über Kuppel, 100 durch Senke. Rechts halb über Kuppel, links 4, macht zu, nicht schneiden, in rechts 3, in links 4, nicht schneiden, 60, rechts 3, 60, rechts 3, 60, rechts 2, rechts schneiden, rechts 2, rechts schneiden. Innen halten, nicht schneiden, in links 5, rechts 6, rechts 5, 80 durchsenken, links 5, Land macht zu, nicht schneiden, in rechts 3, rechts halten, über Kuppe 80, Achtung, Kuppe links 2, 60 durchsenken, links halten, über Kuppe, rechts 6, nicht schneiden, 80 durchsenken, Vorsicht, Kuppe rechts 5, in links 6, 100, Bellen über Kreuzung, Kuppe. Durch Tor, links 5, in rechts 4, in links 3, über Kuppe, rechts schneiden, in rechts 5, ich fahre aber auch nicht gut jetzt zusammen. Rechts 5, in links 6, Land macht zu, über Kuppe, rechts schneiden, rechts 5, 60, durch Tor, Kuppe, senken, rechts 3, über Kuppe, 80 durchsenken, Kuppe, 80 durchsenken, links 3, über Kuppe, senken, Kuppe, durch Tor, senken, Kuppe, 100 durchsenken, Kuppe, links 5, Kuppe, nicht schneiden, 80 durchsenken, links 5, Land, nicht schneiden, links 4, und Achtung, rechts 2, über Kuppe, in rechts 2, nicht schneiden, 80 durchsenken, links 5, 80 durchsenken, Kuppe in rechts, halten, über Kuppe, 110 durchsenken, 80 durchsenken, links 3, über Kuppe, senken, Kuppe, 150 bis Ziel. So, geschafft. Okay, bring es zum Marsch. Mit 10 Sekunden Vorsprung, yay, immerhin. Immerhin haben wir das geschafft. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Ja, dankeschön. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die mal gefahren war. Haben wir zumindest die Aufgabe gelöst. Das ist erst mal das Wichtigste. Das ist erst mal das Wichtigste. So, weiter geht's. Zumindest haben wir jetzt wieder die Führung übernommen, in der Gesamtwertung. Das ist erst mal gut. So. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. 7,53 Kilometer. Ja. Gut, dann geht's jetzt sofort weiter. Moment. Da muss ich im Moment laden. Dann geht's jetzt hier weiter. Gut. Höhe 0 Meter. Ja, 7,53 Kilometer. Das habe ich ja gerade eben gesagt. Gut, let's go. Momentale Führung, Platz 1. Das ist erst mal das Wichtigste. Das ist Wünschen in unserer Klasse. Mach dir keine Sorgen um die äußerlichen Beschädigungen. Mach ich noch nicht. Ich fahre mir so eine Kacke zusammen. Das ist jetzt die dritte, die wir so verschenken. Wir haben es gar nicht verdient, auf der 1 zu stehen. Achtung, Puppe, Flenspiel weg. In sechs, durchtour, rechts, fünf, nicht schneiden. Achtzig durchsenken. Fortig, Kuppe, rechts, fünf. In sechs, durchtur, 80. Links, fünf. Rechts, sechs, lang über Puppe, nicht schneiden. Links, fünf. Links, fünf, nicht schneiden. Rechts, sechs, lang über Puppe. Ja, Fall um. Ist okay. Und wir haben wieder eine fucking scheiß Schrafe, Mann. Was ist denn heute für mich los, ey? Gar nichts. Überhaupt nicht. 50. 50. Rechts 4. Nicht schneiden. In links rein. In rechts 4. Macht auf. Nicht schneiden. Rechts 5. 80 durch senken. Links 5. Land macht zu. Nicht schneiden. In rechts 3. Links halten. Überpuppen. Runder durch senken. Mittig halten. Überpuppen. 80. Links halten. Überpuppen. Runder durch senken. Mittig halten. Überpuppen. 80. Achtung. Links 4. Überpuppen. In links 1. Rechts halten. Überpuppen. Gar nicht verdient. Mittig halten. Überpuppen. 100 durch senken. Rechts halten. Überpuppen. Das ist mega auffordig jetzt. Rechts 2. In links 3. Gucken. Nicht schneiden. In rechts 4. Links 4. Macht zu. In rechts 3. Nicht schneiden. In links 4. 60. Rechts 4. In links 3. Nicht schneiden. In rechts 4. Macht auf. Links 6. In rechts 5. Und Achtung. Links 3. Innen halten. Verengt sich. Rechts 2. In links 4. Kuppe. Nicht schneiden. Rechts 4. Nicht schneiden. In links 3. In rechts 4. Macht auf. Nicht schneiden. Rechts halten. Überpuppe. 80. Achtung. Kuppe. Links 2. 60 durch senken. Links halten. Überpuppe. Rechts 6. Nicht schneiden. Links 4. Kuppe. 60 durch senken. Rechts 2. 80. Nicht schneiden. Kuppe. Links 3. Links 4. Macht zu. Nicht schneiden. In rechts 3. In links 4. Nicht schneiden. 80. Mittig halten. Überpuppe. 100 durch senken. Rechts halten. Überpuppe. Achtung. Links 3. In links 4. Macht auf. Lass nicht schneiden. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, Christoph, wette mal, kommen wir nicht trafen. So, kein Problem. Links 6. Rechts halten. Überpuppe. Licht steigen. Rechts 2. Kuppe 80. Links halten. Überpuppe. 80. Achtung. Links 4. Überpuppe. In links 1. Rechts halten. Überpuppe. Links halten. Überpuppe. Vorsicht. Rechts 1. In rechts 4. Überpuppe. Mittig halten. Überpuppe. 100 durch senken. Rechts halten. Überpuppe. Links 4. Die Zeit wurde hier aufgeholt gerade. In links 4. In links 4. Nicht schneiden. 60. Links 3. In Kuppel. Rechts 3. Mit schneiden. In links 2. Mittig halten. Überpuppe. 100 durch senken. Rechts halten. Überpuppe. Rechts 3. Nicht schneiden. In links 2. Landmacht auf. Ja, jetzt ist es vorbei. In offene Kehre. Rechts 80. Links halten. Überpuppe. Bis 10. Den hat er gewonnen, den Teil hier. Ich versuche. Den Teil hat er gewonnen. Ich fühle mich gerade hier einfach nicht wohl. Das ist einfach nicht meine Rallye momentan. Ja, dritte Wertungsprüfung geht aneinander. Wobei ich Probleme kriege. Die Streckenzeit wurde bestätigt. Ja, da müssen wir jetzt tatsächlich in den letzten drei Wertungsprüfungen auf jeden Fall nochmal einen Zahn zulegen. Damit wir da überhaupt hier mal wieder Platz 1 holen. Ich habe jetzt gerade drei relativ kurze Wertungsprüfungen. Aber momentan gefällt mir das überhaupt gar nicht, was ich da so an Ergebnis habe. Wie gesagt, bei dem langen R2, 1, 2, das ist nicht perfekt. Definitiv nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Zahn zulegen. So, jetzt wird es noch was machen. So. Gut. Dann weiter geht die Reise. Die sind, wie gesagt, momentan nur auf 2. Also das ist nicht perfekt. Oh. Ah, super. Na gut. Wertungsprüfung Nummer 4, glaube ich, müsste es sein. Ja, 4. 5, 4, 3, 2, 1, los. Let's go. Okay. Boah. Jetzt werde ich jetzt zumindest was zulegen. Wer nur für zwei ist, habe ich nicht das, was ich will. Wer nur für zwei ist, habe ich nicht das, was ich will. In rechts drei, in links vier, rechts schneiden, 80, mittig halten, überpuppen, 100 durchsenken. Rechts halten, überpuppen, links halten, überpuppen, Vorsicht, rechts heils, in rechts vier, überpuppen, Vorsicht, rechts zwei, in links drei, Kuppe, nicht schneiden, in rechts vier, rechts halten, überpuppen, 80, Achtung, Kuppe, links zwei, nicht schneiden, linkswegen, Westfied, links durchsenken, links halten, überpuppen, rep bist du ja nicht. Waren nicht in Ordnung. Der braucht schon Absperrung. Du, das ist ja nicht für eine lange ist die Kurve. Äh, die. Cool Funk. Ich hab's Glück gehabt. Gutes Vergericht im Servicebereich sind wir. Ja, das Auto allgemein ist sehr angestanden. Rechtschneiden, links 3, rechtschneiden. Rechts 3, nicht schneiden. In links 2, lang, macht auf. In offenen Kehren rechts, 80. Links 3, nicht schneiden. Zumindest früher kann man wieder ein bisschen was vorzulegen. Rechts halten, über 50, 80. Achtung, Kuppe links, 2. Durchsenke. Links halten, über Kuppe. Rechts 6. Achtung, links 3, verheckt sich. In rechts 4, macht auf, dann 80. Durchsenke. Links 5, nicht schneiden, 60. Links halten, über Kuppe. Vorsicht, rechts 1, in rechts 4, über Kuppe. Mittig halten, über Kuppe. Bis Ziel. Hört sich überhaupt wirklich nicht gut an. Aber zumindest haben wir es geschafft. Wir haben eine gute Vorgabe reich gelegt. Diesmal bin ich zufrieden mit der Strecke. Mit dem Verlauf. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. So. Pfff. Was für eine Kacke, Alter. Ich bin, ja, wir sind dann trotzdem früher wieder. Das ist das Wichtigste erstmal. Na komm, gib mir mal eine Zeit rein. Na, schau mal, will er nicht. Ist aber dann auch nicht weiter dran. Doch. Diesmal gibt's ja okay. Gott sei Dank. So. Jetzt können wir zwar was bereichen, dann fangen wir die letzten beiden Dinge an. Huch. So. Heftiger Regen. Ja. Passiert. Das wird eine Hade schon gearbeitet. Ja, definitiv wird jetzt mein Wertesprüfung auf jeden Fall noch zu arbeiten. So, ja, Fahrzeuge reparieren brauchen wir, wie gesagt, auch nicht. Das machen wir, macht gerade so ein Mechaniker-Team, das macht auch gute Arbeit, auf jeden Fall Dicke, das kann man nicht an die Kapitel. Das könnte die Leistung ändern. Oh, den Mut haben sie nicht hinbekommen. Na ja, schauen wir mal, was wir jetzt im vorletzten Abschied heute schaffen. 5, 4, 3, 2, 1, los, 100 durchsenken. So, voll letzter Abschnitt, dann sind wir durch. Links, 2, 60, nicht schneiden. Links, 3, nicht schneiden. Rechts, 4. In links, 3, nicht schneiden. In rechts, 4, macht auf. Links, 4, macht zu, nicht schneiden. In rechts, 3. In links, 4, nicht schneiden. 60, rechts, 4, nicht schneiden. In links, 3. In rechts, 4, macht auf. Nicht schneiden. Links, 3. In Kuppel, rechts, 3, nicht schneiden. In links, 2. Kuppel, rechts, 4, nicht schneiden. Und Achtung, links, 2, verlegt sich Kuppel. Rechts, 3, innerhalb, nicht schneiden. In links, 5. Rechts, 6. Rechts, 6. Rechts, 3, 60, rechts schneiden. Rechts, 2, nicht schneiden. Muss ich nichts zu sagen, oder? Achtung, links, 4, über Kuppel. In links, 1. Rechts halten, über Kuppel. Vorsicht, rechts, 2. In links, 3, Kuppel, nicht schneiden. In rechts, 4. Rechts, 4, nicht schneiden. In links, 3. In rechts 4, mach auf, nicht schneiden. Links 2, 60, nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Ja, die Zuschauer. In rechts 4, in links 3, nicht schneiden. In rechts 4, mach auf. Links 4, Kuppe. 60 durchsenken. Rechts 2, 80, nicht schneiden. Kuppe links 3. Mittig halten, über Kuppe. 100 durchsenken. Rechts halten, über Kuppe. Links 4, mach zu. In rechts 3, nicht schneiden. Ja, die Zuschauer. Kuppe rechts 4, nicht schneiden. Und rechts 2, 90, Kuppe rechts 3, innen halten, nicht schneiden. In links 5, rechts 6, rechts 3, 60, nicht schneiden. Rechts 2, nicht schneiden. Achtung, links 4, über Kuppe. In links 1. Rechts halten, über Kuppe. Links halten, über Kuppe. Vorsicht, rechts 1. In rechts 4, über Kuppe. Mittig halten, über Kuppe. In rechts 4, in links 3, nicht schneiden. In rechts 4, mach auf. Links 62, nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. Toller Zubteil. 100 durchsenken. Mittig halten, über Kuppe. 3, minimale auch schon mit der Hälfte durch. Kuppe. Rechts 4, rechts schneiden. Und rechts 2, verhängt sich. Kuppe. Rechts 3, innen halten. Nicht schneiden. In links 5, rechts 6. Börse, landen. Borde rechts, links 6, links 6, links 6, links 3, links 3, innen halten. Ja, aber die war es auf der Kuppe. Ja, auch automatisch. Kuppe. Links 3, innen halten, vernicht sich. Rechts 2, in links 3, innen halten. Weiter. Zeitschrampfen, nämlich die Reifung. Bei 30 Sekunden, um die Reifung zu machen. Ich bin überhaupt unzuf... Ja, ja, ja. Ich klicke mir die gerade in die komplette Karre, ne? Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Ja, gut. Gut. 5,77 Kilometer, der letzte Teil für heute. Und dann sind wir euch froh, dass wir durch sind. Ja, dann müssen wir uns tatsächlich nochmal einen ordentlichen Schub leiten. Ich hoffe jetzt, was kommt das nächste? Wales oder Schweden? Ich weiß gerade nämlich nicht. So. Gut. Auf kurz. Oha. Der Motor klingt nicht gut. Das könnte die Leistung mindern. Ja, hoffentlich nicht. 5,4,3,2,1, los. Let's go. Ja, der hat sich alles an und zu tun. Oh, das war mir jetzt so... Klar. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich... Ich schenke, der schenke ich hier wahrscheinlich. Ich muss noch mal was holen können. Ich schenke, Kuppe, durch Tor. Links 5, Kuppel, Kuppel, nicht schneiden. 80, durch senke. Links 5, lang, nicht schneiden. 60, rechts 5, lang, nicht schneiden. Achtung, Kuppel, bleibt schmogen. Rechts 5, nicht schneiden. Rechts 5. In links 6, lang, mach zu. 5, nicht schneiden. Gut, aber ich guckert. Rechts 5, 60. Rechts halten, über Kuppel, 80. Achtung, Kuppel, links, 2. 60, durch senke. Links halten, über Kuppel. Rechts 6, nicht schneiden. Achtung, links, 3. 80, in rechts, 4. Macht auf, nach. Nicht schneiden, 80, durch senke. Links 5, 60. Links 6, rechts halten, über Kuppel. Nicht schneiden, rechts 2. Kuppel, 80. Links halten, über Kuppel, 80. Links 4, macht zu. Nicht schneiden. In rechts, 3. In links, 4, nicht schneiden. 60, rechts 5. 80, durch senke. Links 5, lang, mach zu. Nicht schneiden. In rechts, 3. Links 2, 60. Nicht schneiden. Links 3, rechts schneiden, 60. Links halten, über Kuppel. Vorsicht, rechts 1. In rechts, 4, über Kuppel. Mittig halten, über Kuppel. So, letzter Abschnitt für heute. 100, durch senke. Rechts halten, über Kuppel. Rechts 4, in links, 3. Nicht schneiden, in rechts, 4. Macht auf. Links 3, nicht schneiden. In Kuppel, rechts 3. In links, 2. Links 6, in rechts, 5. Und Achtung, links 3, innen halten, verengt sich. Rechts 2. In links, 4, Kuppel. Links 4, wach zu. In rechts, 3. In links, 4, 60. Rechts halten, über Kuppel, 80. Achtung, Kuppel, links, 2. 60, durch senke. Links halten, über Kuppel. Rechts 6. Achtung, links, 3, verengt sich. Bis Ziel. Okay, Fahrt zum Marschall. Gott sei Dank, haben wir es geschafft. Dann ist er noch irgendwie gerettet auf Platz 1, Platz 1 gerettet. Wie auch immer. Die Karte ist komplett hin. Hoffentlich kriegen sie Marschall zum nächsten Rallye wieder hin. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Super. Naja, Hauptsache, wir haben die 25 Ferienpunkte. Das ist nämlich wichtig. Gut, geschafft. 25 weitere Ferienpunkte auf unser Konto. Ne, reicht nicht. Tarragona, Spanien ist der nächste Teil. Das sehen wir dann morgen, die wir da abschließen. Bis dann, und tschüss. Bis dann, und tschüss.